Willkommen beim Power Advent Kalender 2020 von Cloud Couch Rocks. Hier sind eure Moderatoren Stefan und Tommy. Los geht's! Hallo und guten Tag zusammen! Hallo Stefan! Hey Tommy, alles klar? Bei mir ist alles klar. Willkommen bei Cloud Couch Rocks und bei dem Power Advent Kalender. Mein Name ist Tommy und Stefan hat ja schon alles klar gesagt. Heute mit einem roten Oberteil und unserer Stadt als Aufschrift. Bin ich total super, Stefan. Cool! Ja, heute habe ich ein kleines Thema mitgebracht. Heute geht es um das Thema Power Platform, Power Apps und Power Automate und PowerShell. Hey, wieder mal mit Power! Und zwar gibt es eine Power-Stelle-Unterstützung für Power-Apps. Die URL ist hier oben zu sehen. Die werde ich dann auch posten, wenn das Video veröffentlicht ist und am Video. Also irgendwo da unten dann. Bis da kommen. Und es gibt so ein paar Möglichkeiten, die uns hier geliefert werden. Wichtig zu wissen ist, ihr braucht, wenn ihr das verwenden wollt, einmal das PowerShell-Modul PowerApps Administration PowerShell und PowerApps PowerShell. Und hier steht zwar überall PowerApps und das kann ich schon mal vorweg sagen, es geht auch für Power Automate. Wenn ihr keine Admin-Rechte habt, könnt ihr hier unten oder könnt ihr folgende Befehle ausführen. Das sind die, die hier sind. Und dann geht es eigentlich schon los. Ich schwenke mal gleich rüber, schiebe das Fenster hier mal hier rüber und nehme mir mal das Fenster hier und mache es mal ein bisschen größer. Also ich habe das auch gemacht. Die Voraussetzungen, damit das Ganze läuft, ist, dass PowerShell in der Version 5 aufwärts da ist. Ich habe hier 5.1 und ich habe die Module installiert. Ich hatte Admin-Rechte. Was dann noch zu tun ist, ist die Execution Policy zu setzen, damit überhaupt irgendwas geht. Und danach gibt es den ganz tollen Befehl AddPowerAppsAccount und mit dem kriegt ihr eine Abfrage. Wo ihr dann, hier nehmen wir uns zweimal mit dazu wieder, wo ihr dann den Benutzer eintragen könnt, mit dem ihr die Befehle dann ausprobieren wollt. Damit ist für die Session, die jetzt hier quasi offen ist, der Benutzer-Kontext gesetzt. Und ich sehe schon, vielleicht mal ein Stück hier runter. Ja, und was können wir als erstes mal machen? Als erstes versuchen wir mal den Befehl GetPowerAppEnvironment. Und was kriegen wir zurück? Wir kriegen Environments zurück. Wo kann ich das noch sehen? Das kann ich noch sehen. Wenn ich bei Admin.PowerPlattform.Microsoft.com gucke, hier sind meine drei Umgebungen und genau die drei Umgebungen habe ich hier auch. Was bei den ganzen PowerShell-Geschichten jetzt auch immer auffallen wird, ist, dass wir hier verschiedenste Geschichten haben. Wichtig ist immer, gerade hier an der Stelle, da steht Environment Name als Property und es ist eine GUID. Das wird uns ganz oft bei der Geschichte über den Weg laufen. Der Display nehmen, nämlich der da kommt, das ist der hier an der Stelle. Teamsfest in dem Fall. Das ist ja eigentlich das, was unseres Menschen interessiert, aber in der Regel, wenn es hier um die Befehle geht und irgendwas mit Name dasteht, ist es immer so eine GUID. Also immer GUID. Was wir noch sehen können ist, ich habe ein Environment, das ist Default und die anderen sind es nicht. Ihr könnt sehen, in welcher Location das Ganze ist und wann es erstellt wurde. Und es gibt weiterhin noch GetFlow Environment. Ich kriege die gleichen zurück, da brauche ich gar nicht drauf gucken. Der nächste Part, den es gibt, ist GetPowerApp. Wenn ich GetPowerApp aufrufe, dann, auch das muss ich ein bisschen größer machen, kriege ich, nehme ich mal kurz raus hier oder schiebe das Fenster in die Mitte gleich, kriege ich die PowerApps, die ich habe. Und es gibt hier die Test TTT und noch eine andere und noch eine andere. Und auch hier, wenn man sich die PowerApps oder die Informationen, die man zurückguckt, anschaut, auch hier gibt es wieder einen Namen. Oh, geht aus dem Bild raus. Also auch hier wieder einen App-Namen, das eine GUID ist an der Stelle und darunter den Display Name. Und auch hier, zu welchem Environment das dazugehört als Information. Also könnte man jetzt schon mal sagen, hey, in welchem Environment habe ich eigentlich welche PowerApps? Das könnte man damit sich rausfischen. Auch ein RemovePowerApp, PublishPowerApp, den Display Name können wir ändern oder die Versionsanzahl können wir uns rauslesen lassen. Und wir können auch eine bestimmte PowerApp-Version wiederherstellen. Was es dann gibt, ist, ihr werdet schon merken, ich werde das ein oder andere überspringen, gibt es hier unten GetFlow. Mit GetFlow sehe ich Informationen zu einem Flow und zwar den mit dem Namen, was mit Twitter. Den habe ich nämlich auch hier. Da ist er. Und bei dem Befehl kann ich entweder abfragen über den Namen oder ich kann abfragen über den Namen, von dem ich vorhin die ganze Zeit gesprochen habe, dem eigentlichen Flow-Namen, nämlich der GUID. Wir können gucken, ob der Flow denn schon gelaufen ist. Ist er noch nicht. Ich kann den Flow deaktivieren. Wenn ich dann mal ein Refresh hier drüben mache, werdet ihr sehen, dass der Flow jetzt deaktiviert ist und ich kann ihn hiermit auch wieder aktivieren. Also sprich, über PowerShell habt ihr die Möglichkeit, Flows aufgrund von bestimmten Bedingungen, die ihr vielleicht vorgebt, zu aktivieren und zu deaktivieren. Da ist er wieder. Aktiviert in dem Fall. Ich gehe mal weiter. Was ist noch interessant? Noch interessant ist hier ein Beispiel GetPowerAppConnections. Die packe ich mal in so ein GridView rein. Kann man hier eigentlich zoomen? Ne, kann man nicht. Mit GetPowerAppConnection bekomme ich alle Connections, die aktuell genutzt oder in Nutzung sind. Jetzt ist bei den Connections immer so ein bisschen darauf zu achten, dass der Connector Name zum Beispiel, also wenn ihr jemanden einen bestimmten Connector sucht, immer so ein Shared da vorgestellt hat. Und danach kommt der Connector Name vielleicht so, wie man ihn kennt. Also hier mit Teams, an der Stelle mit Twitter, SharePoint Online habe ich hier unten. Also das sind wirklich alle Connections, die ich benutzt habe hier in meinem Test Environment. Das kriegt ihr über den Befehl. Was es noch gibt, ist der Befehl hier unten. Mit dem bekommt man alle Konnektoren raus, die es gibt. Falls ihr dann also später mal etwas suchen wollt oder eine Info haben wollt, welche Konnektoren es gibt und wie die heißen. Hier sehen wir wieder den Connector Namen. Twitter, SharePoint Online, OneDrive for Business, Dynamics und so weiter und so fort. Mit dem Befehl kriegt ihr wirklich alle aktuell verfügbaren Konnektoren. Und es sind ein bisschen mehr als die 400, von denen wir sonst immer hören. Oder Stefan, was hast du aktuell für eine Zahl im Kopf, wie viele Konnektoren wir haben? 320, 330 war irgendwie so das letzte, was ich noch so im Kopf hatte. Also wenn ich das mal laufen lasse, kommt hier gleich eine Zahl raus und es dauert auch entsprechend länger, die doch viel höher ist. Es waren irgendwas bei 1200 und das müsste man noch mal in Ruhe gucken, was das denn bedeutet. Gehe ich mal weiter. Wie gesagt, ich werde nicht jeden Befehl durchgehen, aber vielleicht den einen oder anderen, sodass er mal einen Eindruck davon bekommt. Hier unten gibt es schon die Ausgabe 1263. Bei Get Power App Connector ist der Account, der zurückkommt. Ich kann auch eine neue Umgebung anlegen. Ein New Environment. Das mache ich mal. 118. Bad Request aus irgendeinem Grund. Woran liegt das denn? Gucken wir mal. Aber das erinnert mich ja total an die alten SharePoints, wo man das Skripte gebaut hat, um dann Sites anzulegen, Site Collections und Web Applications und so. Letzten Endes, das ist ja, ist ja das jetzt, ne? Genau, und so wie es aussieht, darf ich hier keine Trial Location, keine Trial Environment anlegen. Ich probiere mal ein anderes. Darf ich auch nicht, weil hier brauche ich ein Gigabyte an freiem Speicher. Das übliche Problem. Dann gucke ich mal, ob ich ein Production Environment anlegen kann. Auch hier wieder F8. Das geht auch nicht. Das liegt aber daran, weil ich jetzt für das Video in einem ganz speziellen Microsoft Demo Tenant bin und eben nicht in meinem Tenant. Also mit dem Befehl Environment Sku Trial mit der Location Europe und dem PowerShell kriegt ihr ein Environment angelegt. Könnt ihr mir glauben, funktioniert. Was auf jeden Fall auch geht, ist hier die Möglichkeit sich anzugucken, wie viele Environments habe ich eigentlich. Drei Stück. Hier wieder der Environment Name ist die GUID. Der Disziplin Name ist eigentlich das, was wir kennen. Es gibt ein Default Environment. Alle sind in Europe. Jetzt kann man sich ja fragen, was gibt es denn eigentlich noch so für Locations. Und da gehe ich mal runter und gucke mir den Befehl. Da ist er doch schon. Get Locations. Get Admin Power App Environment Locations. Hier seht ihr alle Locations, die aktuell möglich sind, die oben in dem Befehl angegeben werden können. United States, Europe, Asia und so weiter und so fort. Deutschland ist noch nicht drin als eigene Location. Was ihr dennoch rausfiltern könnt, ist bezogen auf eine Location. Welche Sprachen werden dort eigentlich unterstützt? Auch da sind einige in Europe, die unterstützt werden. Und die unterstützten Währungseinheiten pro Location kriegt man auch raus. Über die CDS Database Currencies. Also hier kriege ich die Locations, die ich auch habe. Und mit den beiden Befehlen Get Admin Power App CDS Database Languages und Currencies kriege ich raus, welche Sprachen und welche Währungen ich in dem System habe. Jetzt gibt es, was ihr vielleicht schon gesehen habt, hier vorne Get Flow, Get Power App und es gibt auch, und da waren wir jetzt, Get Admin Befehle. Also es gibt zwei Arten von Befehlen. Also einmal die Power Apps Commandets für App-Ersteller. Hier seht ihr auf der Seite auch nochmal tatsächlich die Befehle hier alle so runter. Ich habe die alle mal genommen und hier in meiner Datei drin, um sie mal auszuprobieren und da mal Erfahrung zu kriegen. Und der zweite Teil ist eben Power App Commandets für Administratoren. Die haben oft eben dieses Verb-Admin und dann eben dahinter, was man damit machen kann. Es gibt noch ganz viele andere Themen und Geschichten, die wir hier durchgucken können. Aber es gibt zwei Sachen, die ich euch ganz gerne zeigen wollen würde in dieser Folge. Und zwar fange ich mal damit an, dass ich von unserem Freund, dem Martin Gudl, auf Twitter mal gelesen habe, Mensch, wie kriege ich denn raus, in welcher Power App und in welchem Flow ich eigentlich einen bestimmten Connector habe. Dafür habe ich ein PowerShell Script geschrieben, wo ich bezogen auf Power Apps zum Beispiel rauskriegen kann, ob ein bestimmter Connector in einer bestimmten Power App drin ist. Auch hier kommt als erstes erstmal die Abfrage, wer bin ich? Da kopiere ich mal die Credentials rein und was passiert hier intern? Intern wird die Anmeldung durchgeführt, dann wird der Befehl Get Admin Power App ausgeführt und in einer ForEach Schleife wird jetzt geguckt, was habe ich eigentlich für Power Apps? Die Ausgabe ist hier, alle Power Apps, also ich habe den Namen, ich habe, ist es eine Feature App, ist es eine Hero App? Was Feature Apps und Hero Apps sind, können wir auch nochmal in der Folge später mal beleuchten. Dann gibt es den Owner Name, Creation Date, Environment Name und hier an der einen Stelle genau die Power App, die einen Twitter Connector hat. Und wie geht das Filtern, ob ich einen Twitter Connector drin habe oder nicht? Das geht so, indem geprüft wird, nachdem ich nun meine Power App herausgezogen habe, mit dem Befehl Get Admin Power App Connection References für das Environment der Power App und für die Power App, ob eine dieser Connection References den Connector Namen Shared Twitter hat. Das Ganze funktioniert auch für Shared SQL, für Shared SharePoint Online und so weiter und so fort, also die ganzen Connectoren, die ich vorhin gezeigt habe, die kann man damit nämlich auch alle rausfinden. Und wenn ich einen Treffer habe, trage ich diesen Treffer ein in meine Liste Power Apps Found, gebe die aus und das war genau das, was wir hier drin hatten. Also das ist eine Power App, die einen Twitter Connector hat. Wow, cool. Das Ganze geht auch mit Flows. Da funktioniert es ähnlich. Auch hier wieder erstmal die Module importieren, die wir brauchen. Get Credential, Benutzername holen, den aktiven Account setzen. Hier brauche ich allerdings noch den Azure AD oder das Azure AD Commandlet zum rausziehen des Owner Namens. Das, was ich nämlich beim Flow nur bekomme, ist die Owner ID, aber nicht der Name. Deswegen mache ich hier noch ein Connect Azure AD zusätzlich und kann dann mit dem Admin Befehl Get Admin Flows mir alle Flows holen. Gehe auch hier durch die Flows durch. Und beim Flow gibt es genau hier die internal.properties.connection References als Wert. Und da kann ich auch fragen, guck mal nach, ob es hier einen Connector gibt, der einen Member hat mit dem Namen Shared Twitter SQL SharePoint Online. Und wenn das zutrifft, auch hier nochmal, damit man das Ganze nochmal sieht. Username Passwort. Einmal laufen lassen. Und auch hier habe ich tatsächlich erstmal wieder alle Flows, so viele sind es nicht, sind nur die hier. Und hier den einen, der den Connector enthält, den wir gesucht haben, Shared Twitter. Das, was in All Connection References ansonsten drin steht, sind alle anderen Konnektoren, die auch innerhalb dieses Flows genutzt werden. Also wenn es mehr als einen gibt, so wie hier SharePoint Online, Office 365 Users, Teams und Office 365 und und und, dann stehen die da nämlich alle drin. Und die Besonderheit und das ist das, warum ich hier ein Get Member mache, ist nämlich die, dass wenn ich mir mal so eine Connection angucke. Hier müsste ja die letzte gespeichert sein, die wir brauchen. Dann kriege ich bei der Connection nämlich hier unten die Connections, die verwendet werden als Properties. Deswegen hier oben die Abfrage Get Member und nicht wie bei Power Apps quasi das als Ergebniswerte. Und deswegen muss eben über Get Member geguckt werden, habe ich den Zugriff drauf oder nicht. Weil ich könnte nämlich, wenn ich jetzt hier drauf bin, bei Shared Teams Punkt, mir diverse Infos zu dem Connector rausholen. Connection nehmen, Display nehmen, Icon, URL, Swaggers und so weiter und so fort. Und über die Möglichkeit oder über diese Befehle kriegen wir es hin, dass wir verschiedenste Abfragen Richtung unserem Tenant abfeuern. Und vielleicht Dinge überprüfen, falls wir noch keine DLP Policies haben, welche Konnektoren haben wir eigentlich? Gibt es bestimmte Konnektoren, die wir monitoren wollen? So nach dem Motto, ach ich will mal wissen, wer jetzt denn überall auf dem SQL Server zugreift, über welche Forms oder welche Tweets, über welche Flows oder welche Power Apps. So, dann können wir natürlich über den PowerShell Geschichten das abfragen, vielleicht auch automatisiert uns Berichte erstellen lassen und das Ganze nutzen, um ein wenig Governance oder Übersicht in unseren Tenant mit dem PowerShell Befehlen reinzubringen. Ja, ich hoffe es hat euch angeregt, ich werde auch die beiden Skripte hier auf Gitter posten und das Ganze dann verlinken, sodass ihr da dran kommt und das Ganze selber mal ausprobieren könnt. Ich habe noch eine Frage. Gerne, los geht's. Das ist doch, das klingt doch danach, also ist doch eigentlich ein Must-Have, oder? So, wenn ich, wenn ich Admin bin, irgendwie in einem Unternehmen, wir haben irgendwie, was ich, die Power Play Form am Laufen, das ist doch, das sollte man sich doch angucken, oder? Ja, das ist ja nicht um eine Spielerei jetzt, das ist ja schon eine sinnvolle Geschichte, die man tun sollte. Ja, und zwar nicht nur für die Admins, sondern auch für die Maker, für die Ersteller, die Apps erstellen, um einfach zu sehen, welche Apps gibt es denn, kann ich meine, oder wenn ich einen Flow erstelle, habe ich den enabled, habe ich ihn nicht enabled, vielleicht bin ich ja gerade dabei, dass ich einen Flow habe, der zum Beispiel darauf reagiert, dass wenn ein neues SharePoint Listen Item generiert wird, dass er dann anstartet, aber was ist, wenn ich eine SharePoint Liste habe, wo ich vielleicht auch von außen automatisiert jetzt gerade ein Einfügen von Datensätzen mache, oder ich bin gerade in einer Phase, wo auf einmal Daten rein migriert werden, oder das passiert jeden Abend, jedes Wochenende, wie auch immer, und ich möchte vielleicht nicht, dass mein Flow Trigger mit, wenn ein New Item ist, created dann anspringt, dann ist es natürlich gut, dass ich über diese PowerShell Befehle hingehe, die entsprechenden Flows dann alle erstmal disable, dann meine Datenaktion mache und sie hinterher wieder enable, falls dann nämlich genau die Funktionalitäten genutzt werden, die ich eigentlich brauche. Also nicht nur rein zum Gucken, was habe ich denn governance-technisch vielleicht in meinem Tenant gerade drin, sondern auch gerade in der Phase, wo ich Entwicklungen mache, Datenportiere und, 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 ist das alles sehr hilfreich. Stefan, jetzt ist er on mute, ich finde es toll, dass er noch was sagt, aber er müsste auch sein Mikro wieder ändern. Ich habe mich nochmal gerade bedenkt bei dir, weil ich echt viel gelernt habe heute, auch so ein Thema, was ich immer beiseite gelassen habe, da kommen wir uns nochmal später drum, aber, ja, werde ich mal gucken. Danke. Und ich hoffe, euch gefällt es auch und ihr guckt auch nochmal rein, beschäftigt euch damit, wenn ihr Fragen habt, fragt Stefan, fragt mich und ansonsten, Cloud Card Rocks. Jo. Jo. Jo.